Oh Gott. Oh Gott. Wer belegt oder der leckt? Yo, hallo mein Lieben, Regelbrecher und diesmal spielen wir Survivor Games. Und zwar keine normale Runde Survivor Games, sondern wir spielen auf dem Lieben Justin C-Servo und wir treten eine Challenge an. Die Challenge ist die Ungespielt Challenge. Die dürfte eigentlich bekannt sein. Ich habe ja hier so ein ganz neues Format auf meinem Channel, dass ich auch so Challenges mache wie Ungespielt. Ihr habt immer die Chance, unten in die Kommentare zu schreiben, welche Challenge ich denn machen soll. Ich darf ein Item rausnehmen. Ich habe nur gerade Pfeffer gehabt, denn meine Hand ist noch ein bisschen gefroren, weil ich gerade im draußen war und Training hatte und bei uns hat es gerade geschifft, wie die Soho, was Schiffen heißt, es regnen. Wir können natürlich auch immer googeln, was ich dann schwätze oder was ich labere. Ich bin ja auch ein Schwabe und wie ich gerade schon gesehen habe, ich habe ein schönes Optifine Cape. Und Optifine Cape ist richtig cool. Mein Optifine Cape ist von dem Ding Wokwok. Das ist ein Abonnent, der hat mir das ganze Ding gespendet. dieser Liebe, dieser Liebe Mayo, der hat es mir lieber gespendet, weil es ist ja auch ein treuer Abonnent und ich habe auch sehr nett gefragt und da hat er einfach ja gesagt und ich habe gedacht, jo, Paxin in die Beschreibung ist ein netter Typ. Macht es halt einfach. Oh, der Eisenbrusi. Ich muss abhauen. Ich muss sowas von abhauen. Verpiss dich. Ich will hier keiner. Verpiss dich. Verpiss dich, ich nehme gerade auf. Und vielleicht habe ich noch gar nicht erwähnt, was die Ungespielten ist. Ich darf nur ein Item aus der Druhe nehmen. Er hat mich bestimmt jetzt schon für blöd erklärt. Aber den Typ, den will ich kurz kriegen. Warte, der. Wo ist denn der denn hin? Da oben. Der darf das Schwert nicht kriegen, sonst bin ich tot. So, den kriegen wir. Jawohl, den haben wir. Und ausziehen, ausziehen. Minecraft, zieh dich aus. So, so kann man natürlich auch an Trug gelangen, wie ich es gerade gemacht habe. Eins und zwei, einfach den Gegner ranlassen und den Gegner dann töten. Das ist ja erlaubt. Spricht hier nichts dagegen. Und nicht wundern, die SG-Runden sind alle schwer aufzunehmen, weil ich habe eigentlich alles schon fertig gehabt. Ich habe auch gerendert, pipapo. Und am Schluss rauskommt, dass mein Speichelplatz zu klein war. Die Datei hat es nicht richtig, ähm, gefingert. Spaß. Die Datei hat es nicht richtig gerendert. Und, äh, ich habe, äh, Z4D, also immer 4D, habe ich eigentlich schon geschlossen gehabt. Und, äh, ja, dann war alles weg. Und ich konnte es dann irgendwie nicht aufrufen, weil ich, ähm, auf meinen Speicherplatz geleert habe. Und, äh, sonstige Scheiße. Was man eigentlich natürlich nicht machen sollte, in allgemein. So. Wo ist denn der? Oh. Können wir doch drauf gehen? So, den haben wir. So, im Po. Steinschwerd, yo. So, wo ist denn der Gegner? Da hinten? Da hat er eine Hose? Ah, der hat eine schöne Hose und die schöne Hose, die will ich. Und ich wünsche nur, ich kriege ein Feuerzeug. Ähm, angeblich in meinen Steinschwerd weggeschmissen, das geht er gar nicht. Gehe ich jetzt aber hin, weil da, 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 da kacke ich voll drauf. Und meinen Helm habe ich auch weggeschmissen. Läuft. So. Und das, 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 das kann ich hier alles wegschmeißen. So. Und, äh, suchen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Weil 37 Blöcke entfernt, das wäre... Dreier Team. Hm. Oh. Wir haben, okay. Rennen. Ruli rennen. Rulis. Das sind die Beste. So. Schnell anziehen. Und einfach nur abhauen. Jetzt gilt es einfach nur abhauen. Und mir ein fettes Schwert zu machen. Wir umgehen, dann tritt mir da hinterher, scheiß ich. Alter, komm, mir jemand hinterher. So, was haben wir denn hier Schönes? Natürlich haben wir mal wieder kein... Ah, wir haben Bogen. Prima, prima. Supi. Und Diamantschwert kriegen wir jetzt höchstwahrscheinlich auch. Oh, ich hab kein Stick. Das wäre natürlich super. Natürlich hab ich Sticks. Yay. Lass mal gucken. Weit weg natürlich. So. Können wir uns Zeit lassen. Und Diamantschwert ist es nicht selbstverständlich. Lässt ich nur das Wesen-Schwert da natürlich auch. Oh, ich hab meine Hose, meine Hode weggeschmissen. Weil ich bin so pervers, hätte. Und da oben ist er auch schon. Da hau ich doch lieber mal ab. Vielleicht will ich jetzt nicht schon wieder, dass die Aufnahme am Schüssel geht. So. Lassen wir noch da hinten kurz was futtern. Können wir einen Angel mit ins Gepäck nehmen. So. Und ihn dann erstmal hier so ein bisschen kommen lassen. Aber natürlich nicht zu nah. So, da muss man natürlich immer aufpassen. Oh, ich bin schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Wer belegt oder der leckt? Oh, wir haben ihn. Oh mein Gott, bei mir ist irgendwie grad was am Arsch. Ich hab 41 FPS und wir haben Deathmatch. Oh Gott, wenn ich das gewinne, ich würde mich so feuern. Wenn ich das gewinne, ich würde mich tot machen. Oh, es ist ein Team. Hä, ist das ein Team? Nein! Jo. Ich glaub, der würde mir eher gefährlich. Nein! Nein! Oh, und der hackt auch noch. Silly. Oh, ich muss aber noch ein bisschen arbeiten an meinen Boom-Skills. Da muss ich aber noch ein bisschen dran failen. Aber in meinen Copweb-Skills. Da hagelt's. Gut game. Schreib ich schon mal. Pfeile. Ich nehm auf. Nein, auf. Oh. Cool. Dann halt nicht. Aber gib mir so deine Pfeile gerne. Mich natürlich auch so gerne an. Dankeschön. Danke an dich. Oh, er trifft aber gut. Oh. Da haben wir sein Pfeil. Da haben wir sein Pfeil. Da haben wir sein Pfeil. Und ich wünsche euch so viel Spaß bei dieser Runde. Und schreibt doch mal bitte jetzt in die Kommentare genau jetzt, ob ich diese Runde gewinne. Oh. Oh. Okay, es geht weiter. Okay, okay. Sorry, dass ich jetzt grad so ruhig bin. Ich bin grad so ein bisschen Brain-Ive-Care. Denn das ist meine... Oh, okay. Okay, okay, okay. Wir haben diese Challenge gemeistert. Ich war hier so grad so ein bisschen Brain-Ive-Care. Und da vernichten wir auch schon unser... Ach, das geht ja gar nicht. Okay, ich schreibe mal einfach gut Game in den Chat. Ich fand das eigentlich eine recht coole Runde. Ich fand es gut auch, dass ich gewonnen habe. Ich kann euch jetzt ein bisschen ein paar Outtakes noch hinten ranschneiden. Da habt ihr auch noch so ein bisschen Spaß. Und ja, ansonsten wäre es das Ei von mir. Bitte lasst ein positives... Ein positives Like hinter einem Daumen nach oben. Der Rest steht unten in der Beschreibung drin. Und schreibt bitte, bitte so viele Kommentare, wie ihr schreiben könnt. Und ich hab mich letztes Mal so gefreut über die über 20 Likes. Und aufs letzten Video betroffen, ich schaffte die 20 Likes. Aber sowas von locker. Und jo, ich würd sagen, ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Und ciao! Jo, hallo Leute und herzlich... Ah, ne, warte. Pfff. Jo, hallo Leute und hier... Halt doch mal auf. Jo, hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuten Runde. Ähm... Oh, verdammt. Pfff. Och, ne, guck mal. Guck mal, guck schon wieder so ein hässliches Team. Und... Und... Jungen. Pfff. Tram, 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 tram. Ah, ne, das ist ein bisschen besser. Bang. Verdammt. Nein. Jungen, sie werden den schwert. Oh, nie. Oh, nie. Oh, nie. Pfff. Oh, nie. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.